Die Spähaktivitäten der US-Geheimdienste sorgen international für immer mehr Verwerfungen, jetzt auch zwischen Deutschland und den USA. Die mutmaßliche US-Abhöraktion gegen Bundeskanzlerin Merkel sorgt parteiübergreifend für Empörung. Ausspähen und erfreuen, das geht gar nicht. Was I can say is, as long as I'm President of the United States, the Chancellor of Germany will not have to worry about this. This is something that the President touched on last year, where he said just because we can do something, and this was in relation to tapping Angela Merkel's phone, just because we can do something doesn't mean that we should. And that's exactly what's happening. Underspõh! Såx! Sox!